ja hallo leute und herzlich willkommen zurück herzlich willkommen zu diesem informationsvideo jetzt wird auch bitte kurz mich ins gelb voll zu spammtiano das ist mein euro-bracing account ja und zwar haben wir ja hier übersehen das neue kanal design ich bin immer noch nicht begeistert davon ich weiß nicht einige mögen es ich hasse es immer noch ich werde es glaube ich auch immer hassen aber ist ja eigentlich auf der hier zu schreiben ist ja egal ich habe jetzt hier noch eine aktuelle projekte minecraft da er heute zwei pausiert bzw abgebrochen wurde da ja anscheinend die spielstände weg sind ja ein projekt ist eigentlich nicht meine art und ja zwar habe ich eigentlich wenig zeit momentan aber trotzdem würde ich gerne neues projekt starten die frage ist nur ob ich das vor den osterferien oder nicht machen werde denn vor den osterferien also in den osterferien bin ich zwei wochen nicht da da werden auch zwei wochen keine videos kommen weil so viel kann ich nicht vor produzieren das geht einfach nicht und hochladen mit meiner leitung kann ich das nicht hochladen produzieren würde vielleicht noch gehen hochladen wird dann halt das schwierige und ja ich habe mir überlegt ich brauche neue projekte aber ich habe mir überlegt ich habe irgendwie nicht so recht was oder ich habe nicht so recht die idee sind auch nicht gerade viele spiele es ist zwar nicht alles was ich habe aber ich habe einiges in letzter zeit gelöscht also sieht hier an das kann ich nicht machen also das wird sind hier habe ich auch keine lust von 70 geht nicht das macht der rio ja wahrscheinlich aber getrunner sonst ist kein spiel audiosurf baby spiele ist css bus simulator deluxe g-jumping siedler dort zwei und so ich habe dann noch im team ich habe im team noch ein paar spiele allerdings ja ich hätte ich wäre auch bereit ja ich wäre auch bereit mir ein spiel zu kaufen das heißt ihr sollt mir mal ja ihr sollt mir mal spiel vorschläge geben außerdem habe ich ja schon lange ein tausend abonnenten special angekündigt also hier habe ich zum beispiel noch fire shop 2 wenn das sehen wollte und ob das ruhig bunch of heroes sehr gut das ist so ein naja das ist nicht zumindest als playing construct so was man sich mal vielleicht spielen werde empire total war ist nicht so mein ding f1 2012 haben wir ja schon gehabt grand theft auto grand theft auto grand theft auto resort from the city grid portal und portal 2 ja die frage ist halt was machen wir also ihr sollt mir einfach mal spiele schreiben die ihr gerne sehen würdet ich habe ja ein paar abonnenten vielleicht kommt da ein bisschen was zusammen ein spiel was am besten auch ein bisschen neuerer ist also neuerer ein wort ein wort ein bisschen bisschen so aktuell ist sag ich mal mit keine spiele von 25 oder so sondern schon so aktuelle spiele denn ich mache da jetzt mal kein hehl draus das wollen ein bisschen traffic auch auf den kanal bringt denn minecraft ja gut es läuft also 300 auf oder so meistens manchmal kommt immer so drauf an mal so mal so und ja deswegen also ich möchte ja so gerne ein spiel spielen schlag mir einfach mal welche vor und zum tausenden special möchte ich auch noch was sagen und zwar wird da bald was kommen ich weiß ich habe vor ein faq zu machen und ich habe vor ich habe was ganz besonderes im faq vor und das werdet ihr dann sehen mal gucken ob ich das faq also mir selbst dann die fragen durchlese und dann beantworte ob ich mir die fragen vorlesen lasse und dabei wird dann auf jeden fall noch was so ein special effect dabei sein ja was gibt es noch zu sagen zum tausenden special das soll auch ein tausenden special sein also ihr sollt mir jetzt spiele hier unter diesem video bitte vorschlagen keine pns bitte und dann werde ich mir ein paar werde ich eine vorauswahl treffen auch zum teil vielleicht nach dem preis weil ich kann auch mir nicht alles leisten ich werde mal gucken was ich so finde ich werde auch nicht unbedingt bei amazon kaufen aber mal gucken ob ich da auch eine möglichkeit findet ihr könnt mir trotzdem alles vorschlagen alles egal auch wenn es 60 euro kostet oder so ich werde halt gucken ja das wollte ich halt noch machen ich wollte auch gerne mal ein projekt haben was ihr euch gewünscht habt total also weil wenn ich euch jetzt eine vorauswahl gebe dann habt ihr euch das ja auch nicht gewünscht sondern ihr habt halt aus der vorauswahl getroffen vielleicht habt ihr euch ja eins davon gewünscht mal aber so und jetzt könnt ihr halt direkt sagen ja das will ich oder das will ich oder das will ich oder ihr sagt das will ich also das könnt ihr ruhig machen jetzt das ist auch das ziel dieses videos und ich hoffe dass ihr einige spiele mir vorschlagen denn ich bin momentan echt ein bisschen ideenlos wie gesagt das projekt wird dann entweder jetzt bald angefangen oder halt nach den osterferien erst leider da ich werde die ganzen unterferien nicht da bin dazu kommt eigentlich noch ein extra video ja ich werde zu den osterferien dann auch noch um also danach noch ein spezielles video posten als eine zusammenfassung von dem urlaub ich werde da ein bisschen was drehen denke ich ja und ja das FAQ werde ich wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen ein infovideo zu machen je nachdem wie zeit ist oder vielleicht auch erst freitag weil ich habe jetzt morgen und übermorgen den ganzen tag dazu auch noch mal was sagen und zwar kommen jetzt dienstags auch immer relativ spät also da habe ich auch immer sehr lange schule mittwochs und donnerstags jeweils auch ziemlich lange schule immer deswegen kommen da immer so erst so spät die videos am montag und freitag ist eigentlich gar kein problem am wochenende erst recht nicht also ich habe so mir gedacht immer montags und freitags kommen die videos immer so gegen 15 uhr oder so die das erste video und dann halt danach immer so weiter durch allerdings kommen wenn ich den ganzen tag haben kommen erst so gegen 17 vielleicht auch manchmal 18 uhr und ich vielleicht noch aufnehmen muss oder so und ja mal gucken also das ist dann für den dienstag dienstag könnte ich wahrscheinlich noch ein bisschen früher da wird es wahrscheinlich so 16 uhr immer sein wie heute da hat es auch leider irgendwie mit dem flagship nicht funktioniert weil ich dann noch ein virus hatte und so naja am wochenende kommt das dann immer unregelmäßig je nachdem ob ich morgens direkt irgendwo bin oder ob ich noch ob ich gerade aufstehe und das dann einstelle und so weiter also seid nicht böse wenn die videos immer unterschied zu unterschiedlichen zeiten kommen sie kommen ja jetzt versuche ich auch wieder mehr zu machen ich hatte jetzt in den letzten zwei wochen war es doch arg wenig videos ich versuche jetzt wieder deutlich dass der European ich versuche jetzt wieder deutlich was an videos hochzuladen ja das wollte ich sagen also bitte 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 schreibt mir bitte ich will eh euch an schreibt mir was ihr sehen wollt denn ich bin ratlos und nur minecraft ist da noch zu wenig die frage ist auch noch wie lange geht das noch also ich sag mal so bis folge 200 habe ich geplant bis folge 200 habe ich auch noch mindestens was zu tun mal gucken also ja schreibt mir auch meinetwegen wenn ihr gar nicht mehr minecraft sehen wollt dann schreibt es allerdings würden die klickzahlen das irgendwie ein bisschen ja aber gut ähm wenn ihr minecraft gar nicht mehr sehen wollt schreibt mir eine pn sonst schlagt mir jetzt einfach mal projekte vor ich werde mir gucken aber ich werde mir wahrscheinlich so dann 8 oder so rauspicken ja ihr braucht ordentlich einen kommentar doppelt schreiben gebt einfach einen daumen hoch ich sehe das dann schon ja vielen dank dafür dass ihr mir die vorschläge macht ich hoffe ihr macht viele ich bedanke mich schon beim voraus und ja wir sehen uns dann spätestens beim ffq video wieder und bis dahin sag ich mal tschüss ach so ihr sollt noch keine fragen hier unter posten das kommt dann zum extra video damit ich das alles geordnet habe so und dann bis zum nächsten mal tschüss dann bis zum nächsten mal zum nächsten mal